Führt uns etwa der Zufall an ein Ziel, das wir selbst nicht kennen? Ich liebe es, meine Reiserouten zu planen. Wir gehen im Leben oft sehr weite Wege, um endlich anzukommen. An den Scheidewegen des Lebens stehen keine Wegweiser. Aber jede meiner Entscheidungen hat Konsequenzen. Für meine Familie will ich das Richtige tun, bei jedem einzelnen Schritt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017